Sie hören? Sommersprossen. Nur zusammen ergeben wir Sinn. Von Cecilia Ahern. Aus dem irischen Englisch von Christine Strüh. Gelesen von Merete Brettschneider. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Als ich 13 Jahre alt war, fing ich an, die Sommersprossen auf meinem Arm miteinander zu verbinden. Eine Art Punktebild. Da ich Rechtshänderin bin, entstand auf meinem linken Arm ein Netz aus blauen Linien. Nach einer Weile entwickelten sich daraus Sternbilder, nachgezeichnet von Sommersprosse zu Sommersprosse, bis meine Haut den Nachthimmel widerspiegelte. Der große Wagen, manchmal auch großer Bär genannt, war mein liebstes Sternbild. Nachts erkannte ich es sofort. Wenn wir im Internat das Licht ausmachen mussten und sich Stille über die Korridore senkte, dimmte ich mein Leselicht, nahm einen blauen Tintenroller und zeichnete die sieben Sterne nach. Eine Sommersprosse nach der anderen, bis meine Haut einer Nachtkarte ähnelte. Dube, Merak, Fekta, Megretts, Aliot, Miza und Alkaid. Nicht immer verwendete ich dieselben Sommersprossen. Manchmal hatte ich Lust, mich der Herausforderung zu stellen, die Konstellation anderswo nachzuzeichnen, zum Beispiel auf meinen Beinen. Allerdings tat mir vom Zusammenkauern irgendwann der Rücken weh. Außerdem fühlte es sich unnatürlich an, als zwänge ich die anderen Sommersprossen-Ansammlungen dazu, etwas zu werden, was sie gar nicht waren. Es gab die idealen sieben Sommersprossen auf meinem linken Arm für den großen Wagen perfekt angeordnet. Deshalb gab ich die Versuche, mit den anderen Sommersprossen schließlich auf. Und wenn die morgendliche Dusche die Tinte weggespült hatte, begann ich von Neuem. Dem großen Wagen folgte Cassiopeia. Sie war einfach. Dann kamen das Kreuz des Südens und Orion. Pegasus mit insgesamt 14 Sternen bzw. Sommersprossen war kompliziert, aber meine Arme bekamen vom Gesicht abgesehen mehr Sonne als der Rest meines Körpers und bildeten daher mehr Sommersprossen, die perfekt für eine 14-Sterne-Konstellation positioniert waren. Wenn es im Internatsschlafsaal dunkel wurde, fasste sich Caroline in der Schlafnische neben mir schwer atmend selbst an. Sie dachte wohl, niemand würde es mitkriegen. Von der anderen Seite hörte ich Louise in den Manga-Comics-Blättern, die sie im Schein ihrer Taschenlampe las. Gegenüber arbeitete Margaret sich durch eine ganze Tüte Mini-Crunchies. Später steckte sie sich dann den Finger in den Hals und kotzte sie wieder aus. Olivia übte mit einem Spiegel das Küssen, während Liz und Fiona es lieber zusammen ausprobierten. Catherine schluchzte leise, weil sie Heimweh hatte, und Katie schrieb Hass-Mails an ihre Mom, die ihren Depp betrogen hatte. Auch alle anderen im Mädcheninternat nutzten den einzigen winzigen Raum, den sie ihr eigen nannten, um sich in ihre Privatgeheimnisse zu vertiefen, während ich meine Sommersprossen kartografierte, als wären es Sterne. Mein Geheimnis blieb nicht sehr lange geheim. Also durchsuchte die Schlafsaalaufseherin abends meinen Schrank und entfernte alle Stifte. Am nächsten Morgen bekam ich sie vor dem Unterricht zurück und musste sie nach den Hausaufgaben wieder abgeben. Wenn Stifte in meiner Nähe waren, wurde ich bewacht wie ein kleines Kind in der Nähe einer Schere. Ich gewöhnte mir an, mit der angespitzten Ecke meines Lineals eine Linie von einer Sommersprosse zur anderen zu ziehen. Allerdings hütete ich mich, die Sommersprosse selbst zu zerkratzen, denn ich hatte gehört, es sei gefährlich, Leberflecke und Sommersprossen zu verletzen. Als ich schärferes Werkzeug entdeckte und auf meinen Kompass, auf Rasierklingen etc. umstieg, war die Aufseherin vom Zustand meiner Haut so entsetzt, dass sie mir kurz darauf meine Stifte zurückgab. Aber es war zu spät. Ich kehrte nicht mehr zur Tinte zurück. Der Schmerz gefiel mir zwar nicht, aber Blut war wesentlich haltbarer. Der trockene Scharf zwischen den Sommersprossen war ausgeprägter und nun konnte ich die Sternbilder nicht nur sehen, sondern sogar fühlen. Sie brannten, wenn sie an die Luft kamen, sie pochten unter meiner Kleidung. Ihre Gegenwart war tröstlich. Ich trug sie wie eine Rüstung. Jetzt, mit 24, zerkratze ich meine Haut nicht mehr. Aber die Sternbilder sind immer noch sichtbar. Wenn ich Sorgen habe oder gestresst bin, erwische ich mich dabei, wie ich mit dem Finger über die verdickten Narben auf meinem linken Arm streiche. Immer wieder, von einem Stern zum nächsten, in der richtigen Reihenfolge. Ich verbinde die Punkte, löse das Rätsel, bringe die Ereignisse in einen Zusammenhang. Von der ersten Schulwoche an, seit ich mit zwölf Jahren...